Willkommen am Bernbaumteich bei Neudorf im Harz. Der Bernbaumteich ist ein künstlicher Badesee, welcher ehemals als Wasserspeicher für den Bergbau errichtet wurde. Heute ist der Bernbaumteich ein beliebtes Urlaubsziel mit Campingplatz im Harz. Schon an der Rezeption wird man freundlich begrüßt. Ein moderner Campingplatz mit Zelten, Wohnwagen und auch die Vermietung von Blockhücken stehen dem Besucher zur Verfügung. Es gibt moderne sanitäre Anlagen mit WC und Dusche. Weiterhin einen tollen Kinderspielplatz mit Kletterwand und Rutsche. Für die etwas Größeren gibt es die Möglichkeit Tischtennis zu spielen. Man muss nun nicht mit schwerer Technik anrücken. Wie hier der umgebaute Armee W50 als Wohnmobil. Auch die ganz kleinen Zelte finden hier einen schönen Platz mit Grillecke. Ein Volleyballplatz lädt zur sportlichen Betätigung ein. Natürlich ist auch an die gastronomische Versorgung gedacht worden. So gibt es eine Gaststätte auf dem Campingplatz. Der Hauptgrund eines Besuchers ist natürlich der Badesee. Mit seinem Strand im Uferbereich. Aber sehen Sie selber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also besuchen Sie den Bernbaumteich im schönen Harz. Wassersport und Wandern als super Kombination für Ihren Urlaub. Zum Abschluss sehen Sie noch den Bernbaumteich im Morgennebel. Also bis in Kürze im Harz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017